Ihr wollt alles zu dem Bayo BY-WM4 Pro Mikrofonset wissen? Dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen zu diesem Video. Ich habe mir vor gut einem Jahr dieses Mikrofonset geholt, damit der Ton und die Stimme besser ist, auch wenn man mal von der Kamera wegläuft. Was natürlich eine ganz tolle Sache ist, weil man da ein bisschen individueller agieren kann. Hier seht ihr, wie das auf meiner Kamera angesteckt ist. Es muss quasi ein Kabel in das Line-Out. Und ein Kabel in die Kamera. Das andere Kabel von dem Mikro kommt in den Mikrostecker von dem, ich nenne es mal Clips-Teil, was man am Körper trägt. Und schon kann man da ein ganzes Stück weit weglaufen und erzählen. Wir testen das jetzt mal aus. Ich stehe hier gerade immer im Wohnwagen und habe jetzt mal das gute Ding dran, damit ihr auch seht, wenn ich hier hin und her laufe, dass sich von dem Ton nichts verändert. Auch wenn ich mich von der Kamera wegdrehe oder aus dem Bild gehe. Der Ton ist immer der gleiche. Ich wechsle jetzt mal den Raum. Jetzt stehe ich hier im Bad vor meinem Wohnwagen. Also nur mal als Beispiel, wie sich der Ton entwickelt, wenn ich hin und her laufe und doch ihr ein und dasselbe Bild seht und ich die Kamera nicht mitnehme. Das Mikrofon wird in so einem tollen Etui geliefert mit Beschreibung, mit einem Ersatzclip, mit einem, noch einem weiteren Kabel und mit Müll. Nein, gerade schon mal Spaß. Also das ist hier in dem Etui alles drin. Wenn ich dann das gute Teil auseinandernehme, also quasi Sender und den Empfänger, dann in meine Tasche-Tour passt das alles super rein. Das ist sehr gut verbunden, sehr gut geschützt da drin. Ich kann es überall mit hinnehmen. Ich habe es jetzt schon seit einem guten Jahr. Ich müsste es häufiger benutzen. Ich vergesse es tatsächlich hin und wieder. Also gerade bei Vlogs habe ich es irgendwie immer vergessen, weil die Vlogs, die ich drehe, die sind immer so spontan, dass ich dann nicht daran denke, das Mikro dran zu machen. Aber bei so Videos wie heute, wo ich euch eigentlich nur irgendwas erzähle, dann benutze ich es meistens. Also ich kann... Ich weiß gar nicht, wie das Rauschverhalten ist. Wie das Rauschverhalten ist, wenn meine Haare dran wackeln oder Stoff. So habt ihr jetzt da mal ein Geräuschgefühl dafür. Also wie gesagt, ich habe es jetzt hier an meiner Jacke dran. Ist nämlich kalt. Wir haben jetzt Oktober. Es ist knapp 10 Grad hier im Wohnwagen. Deswegen habe ich auch die Jacke an. Aber ich wollte euch gerne noch dieses Mikro zeigen, weil ich jetzt ein Jahr Erfahrung mit dem Mikrofon sammeln konnte und sehr zufrieden damit bin. Also ich muss sagen, dadurch es zwei rein- und raus-Stecker hat, also Eingang-Ausgang jeweils zwei. Ich kann es euch hier mal zeigen. Muss ich ehrlich gestehen, wenn ich es lang nicht benutzt habe, überlege ich jedes Mal, welchen ich benutzen muss. Aber in dem Fall kann ich mittlerweile gut sagen, dass ich hier bei dem das Mikro nutzen muss und bei dem anderen ist es quasi der Line-Out, wo das Kabel dann quasi bei den Empfängern rankommt. Die Beschreibung ist leider auf Englisch. Das ist sehr bedauerlich. Aber gut, es ist relativ selbsterklärend. Man kann auch zwei Mikros anstecken. Also wenn man dann noch ein Mikro hat, noch einen Sender, dann kann man das auch kombinieren. Mir persönlich reicht jetzt im Moment einer. Es gibt jetzt keine Interviewperson. Und selbst wenn, können die es hin- und herreichen. Ich hatte es tatsächlich mal mit dem Video über der Lucy, ihren Schulranzen, den wir mal getestet haben. Da hatte ich das Mikro und sie nicht. Da mussten wir ein bisschen hin- und herswitchen. Ging aber auch, weil, zeige ich euch. Das Kabel ist lang genug. Ja, das Kabel ist lang genug. Der Clips ist auch recht stabil. Da kann man nichts sagen. Da habe ich keine Probleme, dass ich den mal verloren hätte oder irgendwas in der Richtung. Das Kabel ziehe ich mir normalerweise durchs T-Shirt durch oder durch die Jacke durch, dass man es eben nicht sieht. Das klappt auch einwandfrei. Es ist so schnell quasi montiert. Einmal auf die Kamera, einmal an sich selber dran, Kabel rein stöpseln, anmachen. Hat Verbindung gefunden ohne Probleme und läuft. Und ich benutze es und ihr hört es. Und ich bin mal gespannt, ob euch überhaupt der Unterschied ausgefallen ist, zu wo ich das Mikro noch nicht hatte. Müsst ihr jetzt quasi die nächste Zeit mal beobachten, wie es sich da entwickelt. Ob ihr findet, dass es besser geworden ist und euch der Ton gefällt. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, weil es doch nochmal eine ganz andere Klangqualität ist und weil ich mich halt wirklich frei bewegen kann und auch mal drehen und wenden kann, ohne dass gleich der Ton anders wird. Auch wo ich das Video vom Backen gemacht habe, von meinen leckeren Cookies. Übrigens sehr lecker, kann ich euch empfehlen. Da war es auch so, dass ich in der Küche hin und her geflitzt bin und konnte aber trotzdem meine Gedanken und Tipps gleich loswerden, weil durch das Mikro das super aufgezeichnet wurde, obwohl die Kamera an der anderen Ecke des Raumes stand. Also von daher kann ich das Mikrofon auf jeden Fall empfehlen für solche Zwecke wie meine oder für was auch immer ihr das benutzen wollt. Wenn ihr dazu Fragen habt, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Schreibt es in die Kommentare, teste ich auch gerne aus oder versuche es rauszukriegen oder kann es euch gleich auf Anni beantworten. Dann schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich versuche es zu finden bei Amazon und euch auch den Link in die Videobeschreibung zu packen. Dann schaut mal rein, dann könnt ihr da draufklicken und kommt direkt zum Mikrofon. Also wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, immer her damit. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video. Bis bald. Tschüss.